Also auf jeden Fall, ich hatte Schmetterlinge im Bauch und ich habe Patricia, meine Gitarristen, auf jeden Fall die ganze Zeit genervt und ja. Nein, also ich habe schon im Kindergarten angefangen. Richtige Live-Auftritte hatte ich in der fünften Klasse, da ich im Chor war und so. Und seit 2008 bin ich in einem Musikprojekt in Hanau, wo ich dann halt Auftritte gebe, so ab und zu. Es geht um Liebe, weil da werden halt Personen verletzt und ich habe halt darüber geschrieben, auch so von meiner Situation aus. Ich finde es wichtig, wenn man über Liebe schreibt, wenn man was erlebt und so. Und über Situationen zu schreiben, mache ich schon seit längerem und es ist halt Love Song geworden. Warum ich es gewinnen sollte? Weil ich die Bühne auf jeden Fall liebe und liebe es zu singen sozusagen. Und ich denke mal, ich würde einen guten Job machen, wenn ich gewinnen würde. Auch auf der Bühne mehr Performance und so und mehr Lieder. Ja, schon, aber Gitarre war ein bisschen leise. Also wir hatten ja keinen Anschluss so gern, Patricia. Deswegen war eigentlich gut, Gitarre war halt leise. Ansonsten fand ich es okay.